Ich habe Krebs und auch bin ich paralysiert. Ich muss in der Krankenhaus bleiben, so ich spiele Dota 2. Ich kann spielen mit meinen Freunden und Kommunikation mit denen. Dota 2 ist frei und ich habe kein Geld, so der Krankenhaus ist sehr teuer. Im Dota, da ist drei Fahrbahn. Im D-Fahrbahn, ausgeburt Krebs. Dann die Hero's Last Schlag, die Krebs, für ein Gold. Was ist Dota? Ich habe keine Ahnung. Dann jeder Hero drug die Fahrbahn, bis der Ancient. Von die Ancient ist vernichtet, dann die Spieler ist zu Ende. Ich verstehe Dota 2 nicht, aber ich spiele mit ihm. Paul ist ein guter Freund und ich muss helfen dir. Das Krankenhaus ist nicht gut für ihn. Der Paralysiert ist also schwer für ihn. Dota 2 kannst helfen, Paul, und ich muss helfen dir. Ich lebe Dota 2. Der Spiel ist nicht sehr schwer. Dota 2 ist sehr sparsch. Ich bin Paulsvater. Paul also hat Depression. Paul ist ein Paralyseierten Hartkratz. Pianziert in den nächsten Jahren. Untertitelung des ZDF, 2020